Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir haben noch etwas Tolles für Sie vorbereitet unter der Rubrik Küche und Haushalt natürlich. Und zwar, Sie werden es alle kennen, dass schwere Kisten schleppen zu Hause, wenn Sie die Wasserkisten nach oben schleppen müssen. Gerade beim Einkaufen mehrere Kisten, schwere Glasflaschen in den großen Kisten. Also es ist wirklich eine Heidenarbeit und das muss aber nicht sein. Wir haben wirklich etwas ganz Tolles heute für Sie, dass Ihnen das alles erspart bleibt. Also anscheinend gibt es bei Ihnen viele Menschen, die das Problem ähnlich sehen wie Kati und ich. Also ich kaufe immer zum Wochenende vier Kästen Wasser. Ich bin so ein klassischer Glasflaschenverfechter. Und naja, das ist schon im zweiten Stock. Auch da ist schon was mit dabei. So, jetzt bin ich, naja, so Anfang, Mitte 40 und bin noch einigermaßen fit. Aber wie sieht es denn aus, wenn ich ein bisschen älter werde? Und vor allem, was kaufe ich da eigentlich? So gesehen schlechteres Wasser, klassisch im Supermarkt gekauft, als das, was bei uns aus der Leitung kommt. Und das ist ganz interessant, denn Tatsachen, oder besser gesagt, Tests beweisen, dass unser klassisches Leitungswasser mehr Mineralien besitzt, als jedes andere handelsübliche Mineralwasser, was ich mir draußen im Markt kaufen kann. Und da muss ich mich dann auch eigentlich fragen, warum stelle ich nicht komplett um? Warum mache ich es nicht viel pfittiger? Genau, weil das Wasser aus der Leitung wird natürlich auch häufiger getestet, als das handelsübliche Mineralwasser, was ich mir in Flaschen kaufe. Da natürlich diese Firmen dann immer nur in einem Prüfungsintervall geprüft werden. Das Leitungswasser wird stetig kontrolliert. Und weit mehr Mineralien, eben dann zum Beispiel auch für Säuglingsnahrung oder eben auch mit dem guten Gefühl, gesundes Wasser zu trinken, können Sie sich jetzt ganz einfach mit unserem absolut genialen Wassersprudler machen. Es gibt da ein paar Firmen, die verlangen allein nur für das Gerät 40, 50, 60 Euro. Eine Kartusche kostet dann 40 Euro. Und dann kann ich mir, und das finde ich aber genial, zu Hause mein eigenes Mineralwasser selber machen. Unser erstes Set mit unserem Sprudler, und das ist ganz wichtig, mit einer Zusatzflasche 1 Liter und zweimal 0,5 Liter Flaschen, den kriegen Sie bei uns für 18,91 Euro. Das ist ein Knaller. Das ist wirklich ein Knallerpreis für diesen tollen Wassersprudler. Und da können Sie das Wasser wirklich ganz individuell nach Ihrem Geschmack sprudeln, aufsprudeln. Sie zeigt gerade, die Flasche wird da einfach reingedreht, das Wasser wird dann aufgesprudelt. Cool, das macht so richtig Laune. Überdruckventil auch mit dran, damit es beim Rausdrehen absolut perfekt funktioniert. Und wie gesagt, eine Liter Flasche und zwei 0,5 Liter Flaschen sind im Lieferumfang dabei. Genau, und dieser Wassersprudler ist natürlich auch super handlich. Also der hat hier oben diesen Griff, den kann ich einfach hochheben, kann den natürlich dann auch mit rausnehmen, in den Garten, auf die Terrasse oder natürlich auch in den Urlaub, wo ich ihn mit hinnehmen will. Ich nehme den dann einfach, zack, und stelle den da hin und kann mir da individuell dann mein Wasser aufsprudeln. Der Wassersprudler, eine 1 Liter und zwei 0,5 Liter Flaschen für Sie unter der NC 3750 und der 569 für unglaubliche unter 20 Euro. Und jetzt kommen wir zu dem Thema. Sie brauchen natürlich auch, die zeigen wir Ihnen mal, natürlich den Gaszylinder. Et voilà, den Gaszylinder. Und den können Sie bei uns auch bestellen, und zwar 600 Milliliter Kohlensäure für noch nicht mal 30 Euro. Die werden speziell abgefüllt, die gibt es bei uns für Sie. Und weißt du, was ich einen Knaller finde? Du kriegst da 60 Liter Mineralwasser raus. Genau, das ist richtig, richtig, richtig viel. Also überlegen Sie mal, was eine Kiste Mineralwasser sie kostet. Und hier sparen Sie wirklich dann richtig, weil Sie kaufen wirklich nur den Sprudler zusammen mit dem Gaszylinder. Und schon haben Sie perfekten Sprudelwassergenuss. Ja, und vor allem, Sie kriegen es von uns nach Hause geliefert. Das heißt, hier entfällt sogar noch für den Sprudlerbestellen die Schlepperei. Und das finde ich auch total klasse. Und für unter 30 Euro, also 28 Euro ein paar Zerquetschen, wirklich ganz toller Preis. Wirklich ganz, ganz, ganz toll, wenn Sie einen nachbrauchen sollten. Und so sieht dann frisches, perlendes Mineralwasser aus. 28,41 Euro für die Kartusche. Vergleichen Sie gerne mal im Internet so günstig wie bei uns, werden Sie es definitiv nicht kriegen. Finde ich eine ganz coole Sache. Die Bestellnummer für den Gaszylinder ist die NC3701569. Vielleicht haben Sie ja auch schon ein Gerät und brauchen mal wieder einen neuen Zylinder. Dann bestellen Sie den hier gleich. Hinten einfach einsetzen. Klappe zu, Affe tot, wie man so schön sagt. Und schon absolut perfekt. Wenn Sie jetzt aber sagen, ich möchte das mal ausprobieren. Wie ist das denn vom Handling her? Funktioniert das gut? Dann bieten wir Ihnen jetzt, Sie haben es gerade gesehen, die Kartusche normalerweise 28,41 Euro, unser Starter-Set an. Und das ist mal für mich ein absoluter Knuller. Da ist nämlich die CO2-Kartusche drin. Da haben wir den Sprudler drin. Ja. Und wir haben eben auch noch die 1-Liter-Flasche mit dabei. So, was kostet das dann eigentlich hochgerechnet? Uh, da sind wir dann bei, summa summarum, an die 60 Euro. Ja, denken Sie? Nein. Nein. 47,41 Euro. Da haben Sie eine tolle Preisersparnis dann und können das wirklich mal zu Hause ausprobieren. Ich finde das absolut genial, denn es funktioniert so einfach. Ich nehme jetzt mal die Liter-Flasche und das macht echt Laune. Sie können ja nachher Sirup alles nur mit reintun. Genau. Für unterwegs natürlich auch super, diese Flaschen. Wenn man dann in den Urlaub fährt oder halt unterwegs ist, vielleicht beim Sport, am Badesee, da kann man dann einfach diese Flaschen gleich direkt mitnehmen. Und das Tolle finde ich ja auch, jeder hat ja andere Trinkgewohnheiten. Der eine mag es medium, der andere mag es still, der dritte mag es richtig perlend. So wissen Sie ganz genau mit 1, 2, 3 Stößen, wie viel Mineralwasser denn drin ist und wie Sie es mögen, also wie viel CO2 drin ist. Das heißt, ich kann mir zu Hause mit wirklich schmackhaftem Leitungswasser, hier mit den perfekten Flaschen, richtig leckeres Mineralwasser machen. Und dann noch Eis rein und so weiter und so fort. Finde ich super, denn da gibt es natürlich nachher auch schön leckere Drinks. Guck mal, wie das perlt. Ja, lecker, oder? Das ist doch Wasser, wie man es haben möchte. Es ist wirklich günstig in der Anschaffung und Sie haben ab sofort wirklich sehr, sehr preisgünstige Getränke. Und natürlich halt dieser Wassersprudler, der steht ja nicht nur in der Küche, sondern den kann man dann mit rausnehmen, mit in den Urlaub nehmen, mit zum Camping nehmen, wo man auch gerade hinfährt. Weil der ist wirklich super handlich, hat diesen Tragegriff, das ist natürlich toll. Mit den schicken Flaschen dazu und du machst es gerade vor. Also man kann dann wirklich Sirup einfüllen, direkt nach Belieben, auch sprudeln natürlich, wie man es mag. Feinperliger, ein bisschen stärker geperlt, ganz nach den eigenen Wünschen. Und wissen Sie, was auch ganz toll ist? Diese Flaschen. Na, junger Mann, reiß dich zusammen. Herr Engelmann, jetzt ist es aber gut. Stopp, vorbei. Die sind auch noch super robust. So einfach geht's. Also bestellen Sie sich das, denn jetzt gerade bei der weißen Zeit ist es wichtig zu trinken. Geht nichts kaputt. Und wenn Sie jetzt das Starter-Set von uns kriegen, werden Sie ganz schnell merken, für unter 50 Euro die ganze Familie versorgen können, mit frischem Mineralwasser. Das dann auch noch eisgekühlt aus dem Kühlschrank, Eis rein. Dann zum Beispiel hier mit Sirup. Finde ich absolut genial, oder? Ein Traum auf jeden Fall. Und das da, oh, was ist mit dir los? Ich habe gerade Kisten geschleppt, das können Sie völlig harten. Ja, es ist 47,41 Euro und du schleppst nie wieder schwere Wasserkisten. Das ist doch toll. Und darum geht's. Die NC3705 und die 569 für unser Starter-Set. Sie sehen es hier nochmal, eine Liter und eine Halbliter-Flasche dabei. Und ich glaube, ich habe es gerade bewiesen, die Flaschen halten auch richtig was aus. Gerade für Kinder dann natürlich super, wenn die sowas mitnehmen. Für Schulgetränk oder, oder, wenn sie am Nachmittag unterwegs sind. Wirklich tolle Sache. Und das kriegen Sie bei uns für so kleines Geld. Ist das nicht ein Knüller? Richtig gut. Yes, als bestellend sind 080, 51, 51, dreimal die zwei oder im Internet unter www.perl.tv. Also, so einfach geht's bei uns. Und jetzt machen wir hier nochmal richtig für die ganze Mannschaft mit Zitrone drin. Schauen Sie mal. Das sieht doch toll aus, oder? Frisches, frisches Mineralwasser. Also, 4,66 Euro übrigens, wenn Sie die Flaschen nachkaufen wollen. Genau, wir haben hier die kleine, die 0,5 Liter Flasche. Ja, und das ist ein wirklich genialer Preis, denn, Sie haben es gerade gesehen, die ist wirklich robust. Da ist übrigens auch genau die Anzeige drauf, wie viel Wasser ich einfüllen muss, bevor ich sprudle. Und dann kriegen Sie auch noch für 7,51 Euro unsere 1 Liter Flasche. Genau, da können Sie sich dann so viele Flaschen nach Hause bestellen, wie Sie haben möchten, wie Sie brauchen für die ganze Familie. Natürlich auch auf Vorrat kann man die dann aufsprudeln und auch einfach in den Kühlschrank kaltstellen. Deshalb bestellen Sie sich gleich zusätzlich noch ein paar Flaschen dazu. Dann haben Sie wirklich den ganzen Sommer über ein leckeres, kaltes, frisch aufgesprudeltes Getränk. Und wissen Sie übrigens noch was? Die 0,5 Liter Flaschen, die passen in jeden Flaschenhalter vom Fahrrad. Also, die haben wir schon ausprobiert. Geht super rein. Sitzt, passt und wackelt auch nicht. Das heißt, Sie können sich dann auch noch wirklich in einer richtig robusten Flasche eben Wasser mit auf den Weg nehmen. Und die sind von der Größe her wirklich toll und sehen richtig gut aus. Und vor allem haben die im Gegensatz zu jedem normalen Verschluss oben auch noch richtig eine Gummidichtung mit drin. Ja, klasse. Absolut genial. Also, NC3703 und die 569, da sehen wir es nochmal, damit wirklich auch kein CO2 rauskommt, in richtig robusten PET-Flaschen, die, ich will es nicht mehr machen, wirklich was aushalten. Also, viel Spaß dabei, damit das Kistenklippen jetzt endlich aufhört und natürlich das gesündeste Wasser, nämlich das Leitungswasser, endlich auch mal zu dem Nutzen kommt, zu dem es eigentlich sonst nicht genutzt wird, ne? Genau. Prost, viel Spaß, gute Durst. Prost.